Herzlich willkommen bei Wolters Rundreisen. Heute zeigen wir Ihnen, wie einfach das Buchen einer Rundreise bei uns ist. Wenn Sie als Reisebüro buchen, geben Sie bitte Ihre Agenturnummer unter Login ein. Als erstes wählen Sie auf der Seite wolters-rundreisen.de das gewünschte Reiseland aus. In unserem Beispiel ist das Irland. Wir möchten gerne eine Wanderreise unternehmen. Somit filtern wir die Ergebnisse unter Reiseart Wanderreisen. Wir entscheiden uns für die Auto- und Wanderreise Irland erwandern. Auf der Detailseite können Sie sich den Reiseverlauf darstellen lassen. Einen Reiter weiter finden Sie alle Leistungen, die im Preis bereits enthalten sind, ebenso wie Zusatzleistungen, die im Buchungsprozess später noch hinzugebucht werden können. Im letzten Reiter Hinweise und Bewertungen haben wir alle wichtigen Hinweise zu dieser Reise zusammengefasst sowie Rezensionen aufgeführt. Unter Termine und Preise wählen Sie zunächst die gewünschte Unterkunftsart. Eine Erklärung zu den noch verfügbaren Zimmern, der Termingarantie sowie der Mindesteilnehmerzahl sehen Sie unterhalb der Reisetermine. Dann wählen Sie den gewünschten Reisetermin. Wir wählen den Termin 25. September bis 5. Oktober und stellen auf der nächsten Seite die Reise zusammen. Der oben genannte Preis beinhaltet nur die Rundreise, noch nicht den Flug, den Mietwagen oder optional zubuchbare Ausflüge. Als erstes geben wir die Anzahl der Reisenden ein und wählen die gewünschte Zimmervariante aus. Sofern es mehrere Verpflegungsmöglichkeiten gibt, treffen wir auch hier die Auswahl. Jetzt ist es möglich, Zusatzleistungen auszuwählen. In diesem Fall kann man einen Ausflug optional buchen. Wir wählen diesen aus und können weitere Informationen darstellen lassen. Anschließend möchten wir den Flug inklusive Mietwagen dazu buchen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Flug und Mietwagen nur zusammen auf der Website gebucht werden können. Es dauert einen Moment, bis die Flüge angezeigt werden. Dies liegt daran, dass es sich um Echtzeitabfragen zu tagesaktuellen Preisen und Verfügbarkeiten handelt. Sobald die Antwort da ist, kann der gewünschte Abflughafen ausgewählt werden. Wir wählen den Abflughafen Düsseldorf. Ihnen werden nun alle möglichen Flüge mit dem Aufpreis zum aktuellen Gesamtpreis angezeigt. Wir wählen einen Flug mit R-Lingus zum Sondertarif, der zu dem orange hinterlegten Buchungshinweis passt. Für Sondertarife gilt, dass sie maximal bis zum gleichen Abend unverbindlich festgehalten werden können. Das Flexpaket mit flexibleren Umbuchungsregeln kann nicht angewendet werden. Danach wählen wir den passenden Mietwagen aus dem großen Angebot renommierter Anbieter. Wir entscheiden uns für einen Kleinwagen. Die entsprechenden Bedingungen des jeweiligen Anbieters können direkt auf der Website geprüft werden und sind dann zu bestätigen. Klicken Sie nun auf Weiter. Jetzt kann, auf Wunsch, das Zug zum Flugticket hinzugebucht werden. Wir benötigen das Ticket in diesem Fall nicht. Anschließend ist optional die gewünschte Versicherung auswählbar. Wir empfehlen mindestens das Buchen einer Reiserücktrittskostenversicherung. In diesem Beispiel verzichten wir allerdings darauf. Es folgt eine Zusammenfassung der bisher ausgewählten Leistungen. Diese können auf Wunsch auch noch angepasst werden. Im Anschluss sind eventuell vorhandene Hinweise zur Buchung zu bestätigen. Unverbindliche Wünsche können Sie hier ebenfalls notieren. Sofern eine unverbindliche Reservierung möglich ist, folgt nun der Hinweis dazu. Unverbindliche Reservierungen werden automatisch zu einer Festbuchung, wenn sie nicht innerhalb der Frist storniert werden. Nun sind die Teilnehmerdaten bzw. die Daten des Rechnungsempfängers einzugeben. Bei Buchungen mit Mietwagen muss anschließend noch der Hauptfahrer gewählt werden. Im Anschluss ist die gewünschte Zahlart zu wählen, wobei die Zahlartrechnung nur bis 8 Wochen vor Reisebeginn möglich ist. Sollte ein Gutschein vorliegen, wird der Code hier eingetragen und der Betrag automatisch zum Abzug gebracht. Nun ist die Buchung final zu prüfen, sowie den AGB, der Datenschutzerklärung und der EU-Pauschalreiserichtlinie zuzustimmen. Sind alle Häkchen gesetzt, ist nur noch zu entscheiden, ob die Reise unverbindlich reserviert oder sofort zahlungspflichtig gebucht werden soll. Auf der folgenden Seite erhalten Sie die Buchungsnummer. Sie erhalten ebenfalls eine schriftliche Zusammenfassung der Buchung per E-Mail. Die Buchung erscheint auch direkt in unserem Kundenportal MeinWolters. Vielen Dank für Ihr Interesse an Wolters Rundreisen. Noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da. wolters-rundreisen.de slash kontakt Los Rundreisen.de